Hi, ich bin Zoe Hagen und ich mache jetzt die 60-Sekunden-Challenge. Welches ist der letzte Musiktitel oder das letzte Album, das Sie gekauft haben? Oh, gekauft haben... Ich habe mir letztens Kendrick Lamar gekauft, High Power. Mit wem würden Sie für einen Tag gerne mal den Job tauschen? Ich würde wahnsinnig gerne mal in einer Patisserie arbeiten, das stelle ich mir sehr interessant vor. Aber eher so zum Vortesten, naschen. Was ist Ihr Lieblingsbrettspiel? Monopoly, Liebe ist. Gibt es immer Krieg oder Frieden, aber ich liebe es. Welches Buch hätten Sie gern geschrieben? November von Gustav Flaubert. Oder Lolita. Ich hätte Lolita gern geschrieben. Was ist Ihr Nummer 1 Tipp, das Buch zu schreiben? Einfach drauf los. Hinsetzen und los. Welches Wort verwenden Sie zu häufig? Und. Und, sage ich zu oft. Du ging. Du bist. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020